Herzlich Willkommen zu unserem SVA-Forum Dell Technologies 2022. Mit mir zusammen hier live im Studio in Wiesbaden sitzen meine Kollegen und Spezialisten. Mein Name ist Julian Wendling, Harald Prior, Hedding Paul und Attila Klimek. Hallo. Hallo Attila. Hier geht es jetzt wirklich ans Eingemachte. Dell hat so ein Portfolio. Server, Netzwerk. Was stelle ich mir denn unter Software Defined Data Center vor? Was wir heute sehen ist Lieferengpässe. Was wir heute sehen ist, jeder Hersteller im Netzwerkumfeld hat ein Problem wirklich adäquat die Stückzahl zur Verfügung zu stellen. Also wir haben alleine im Jahr 2020, 2021 auf dem deutschen Markt, nur auf dem deutschen Markt durch Cyberangriffe einen Schaden von ungefähr 220 Milliarden Euro gehabt. Butter bei die Fische. Was steckt unter der Haube? Ich würde mir gerne die Guille angucken. Ich spare am Ende vom Tag wieder Kosten, weil ich Dinge früher weiß und früher darauf einwirken kann. Genau. Hier haben wir vielleicht ein kleines Beispiel, wie künstliche Intelligenz eben auch in kleineren Unternehmen angewendet werden kann. Hört sich gut an. Hört sich ziemlich gut an. Hört sich ziemlich gut an.